Im ersten Moment wollte ich eigentlich den Ball reinflanken. Dann hat Anthony Modest mich aber ein bisschen schief angeguckt und gesagt, wehe, du flankst ihn rein, schieß einfach mal. Und dann habe ich mir einen Zahli geschnappt, ihm gesagt, wo er genau den Ball hinlegen soll. Hat er dann auch getan und ich habe ihn, denke ich, ganz gut getroffen. Hat sich gut angefühlt, als er dann im Netz drin war. Man konnte es nicht direkt realisieren, auch nicht nach dem Spiel, war es noch relativ unreal, dass es genau so passiert ist in der Nachspielzeit und das in dem Derby. Aber so mit der Zeit werde ich auch immer noch dran erinnert und dann kommt es immer wieder.